Kennt jemand die Birgit Kraft? Nein? Dann sollte man mal nach Rothaus im Schwarzwald fahren und bei der Rothausbrauerei einkehren, wo es das feine Tannenzäpflebier gibt. Besonders treue Tannenzäpfletrinker haben der Frau auf dem Etikett in den 90er Jahren sogar den Namen gegeben Birgit Kraft. Der Name leitet sich her von dem alemannischen Ausdruck Birgit Kraft, also übersetzt Birgit Kraft und geschaffen hat das Etikett der Grafikdesigner Roland Jenne. Aber eigentlich waren wir in Rothaus umzuwandern, was wir schließlich auch getan haben. Und zwar die Rothauser Ländle Tour. Eine Tour mit 12 Kilometer Länge und 244 Höhenmeter, für die man circa dreieinhalb Stunden benötigt. Der Schwierigkeitsgrad wird mit Mittel angegeben. Die Tourbeschreibung findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. So, und jetzt geht's los nach dem Motto, erst wandern und dann trinken. Prost! Mit dem Motto? Du bist du wohl? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020